Willkommen zu einer Folge Star Wars Battle von 2 mit dem Christian Hallo wir spielen gerade ein bisschen Coop bis der Rest der Truppe eintrifft ja wir springen gerade nach Geonosis Alter hätte ich schon Anfall so ich gehe wieder ich mag aber Geonosis das ist eine schöne Map das ist ein kleiner Punkt ich will da gibt es viele gute Positionen als schwerer einfach auf dem Berg stehen und alles wieder mit zum Glück rum nee was ich meinst für Lucia Lucia war ich noch gar nicht doch klar war mir schon auf die Lucia ja schon so oft Gionosis ist da wo du durch die Gänge rennen musst ähm ähnlich hier auf der Wolkenstadt wenn du dich und auf Kamino wo du einfach durch Gänge rennst ähm und dann irgendeinen Spaten von dir erwartet dass du ähm ihn direkt in die Sniper reinläuft gehen los ist doch diese freie Map da guck ich wir sind bereit einen der Kartmoneten der Separatisten anzugreifen was lustig dass die ganz die mehr große Map doch das top die das ist die Sniper Map 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 schlechte ich renne zu A ich bin hinter dir komm vielleicht 저 die Bonuspunkte aber dass ich A predicted hab wir müssen nur 1 urm oh ihr idioten was sind das für sparten wir müssten wir müssen ja nicht in denen feindesgebiet rumrennen hilfe wo wirst du ich bin neben dir wenn wir so sehen sie uns einfach gar nicht von hinten von hinten aber ich bringe die not habe ihn vor dass das dauert junge und das ist angepinkt also da kommt wieder von der seite ich steig bei dir wieder ins gefecht ein los geht's kommando nicht kommando fett droide flying fahrzeug scheiße ich bin manchmal so weiß ich bin es aus den games gewohnt ich hätte auch wenn sie freien und es passiert mir gar nichts ich spiele nebenher noch andere und und ihr sagt dass stress 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 vor wie viel rüdik aus das sind bots ist ein bots sicher dass da mindestens einer dabei ist ich sehe es mit mit an scheiße ich scheiße ich bin mit dieser schotze zu unpräzise ich bin mit schotze zu unpräzise scheiße man wir haben nur noch eine minute wir beide oder nur einen wir kriegen das nicht mehr hin wir sind wir auf unsere mates die stehen bei uns dumm rum mann scheiße war genau von stufe 0 von stufe 0 was machst du denn nicht du keine sorge ich habe kommt auch in die kreis rein ich versuche ich versuche von einem schild zu profitieren die konzentrieren sie alle auf diesen einen punkt und da kommt auch noch aber ein gut mega ist der fett superkampf trüde habe ich bin ich bin bei dem punkt wo wir immer wo wir jetzt uns schildern die drauf der druide geht mir auf den sack dankeschön verdammt noch mehr superkampf trüden angeschossen und nächster scheiße der druide ich gebe zu gut sehen da ich gebe deckung die drauf geht doch drauf jetzt kommt von dahinten hier stricher geht weg deine 12 12 12 ich bin schon gaming zu retten wir haben darf mal wie mehr wir jetzt von ihnen töten können ja scheißegal irgendwas was nah dran ist oder es könnt ihr knicken hier klappergestelle b ist nah dran oder näher dran wir erobern warum geht man gar nicht hoch ich möchte auf dem typen die geht nicht hoch aber ich dachte schon ich bin der einzige das problem hat wo siehst du denn unten bei haupt und zweitband ich habe ich glaube voll wie sie hier der werte gar nicht ab alter rein bringen wir so bringen wir so scheiße sie haben sie haben erschossen genau der eine der eine käme ich kann joda erneken nehmen dann hol dir einen von den lichtschwert verbiegern ich habe 19.000 punkte einfach dann holt ein lichtschwert verbieger und kommen habe ich habe ein und doppelkill doppelkill triplekill kommandodroide 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 ich bin mittendrin alt alter wie erlaublich gehe oh ich komme dir zu hilfe ich bin schon �ersault der fack ja du jedeka ausgeknipst sniper sniper hinter dir was geht nein und ihr euch holt ihr euch holt ihr euch ist der hat noch für die leben abost das ist ein spieler bei diesen bord es muss immer welche einer von uns im kreis drin sein ach echt ich komme in die reihen direkt geblendet ich bin drin ich bin drin ich bin drin bei mir knisterst du grad übel halt ich bin zweiter ich bin zweiter ehre angriff erster 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 nur 200 credits ich muss noch drei kills machen eigentlich jetzt hier eigentlich zielübung als angriff als angriffstruppler muss ich noch ein paar pünktchen erreichen ja leute das war jetzt eine intense match man muss dazu sagen ich habe es lange nicht mehr gespielt ich bin einfach zu offensiv geworden ich habe zu viel Far Cry gespielt also bin zu viel durch die Gegend gerannt und habe einfach Leute mit der Keule erschlagen oder habe es im Bogen einfach gefrühst die no-scoped wenn mal keiner zugeguckt hat ich muss echt mal wieder reinkommen noch drei abschüsse mit dem ding noch drei kills als angriff und ein paar punkte ein paar punkte aber hund 200 credits und ich bin überall erster irgend das stimmt ja nicht st sie hat das ist ein Wort der Publikum ja wir sind ein besonderes Republik und schade jetzt sonst auf morgen gesammelt Good afternoon all. die separatisten denken sie können die republik schwächen indem sie unseren gebotort attackieren zeigen wir ihnen wie falsch dieser gedanke ist so schnell lassen ich habe noch schnell enrico wieder unten sind unten alle mann der zielwasser junge meint gar nicht und fliegt heute gar nicht und fliegt an aber mir legen gegner bei mir leckt auch übel sie haben das sein gerade eben ist ein klon gestorben und wieder ganz von hier sein leicht ist ganz auferstaunt er kann es einfach weiter das sind nicht mal loyalität am besten wenn alle schwer sind auf die eingänge schießen du rediger du rediger ich bin bin auf zweikampf bin auf zweikampf ja habe ihn ich habe jetzt schon zehn kills sollte eigentlich schon die herausforderung abgeschlossen sein jetzt haben wir von doku geht ich will den nicht erst so nervtöten auf seiten der separatisten der ist so nervtöten aber den kriegt man gut ja weil der weil das ding irgendwie im blocken die klappergestelle halten sich für kläber weil sie diese positionen attackieren aber das hatten wir vorhergesehen verteidigt diesen sektor mit allem was ihr habt alter was hat er hat diesen scheiß kommando druiden blaster komme die sind so viel noch einmal jawohl meilenstein erreicht und das unerfahrene angriffstruppler das sagt ich habe irgendwie kein meilenstein erreicht obwohl ich noch 10 skins 10 kills bräuchte und ich habe mittlerweile 14 gespürt der ist ein guter gelaufen die truppler laufen da weißt du ich laufe dem nach bei mir zeigt so an ich bin außerhalb der kampfzone vielleicht sind diese truppler box ja genau ich habe zu spät gesehen meinen fehler wo sind sie noch überall ich bin gar die ganze lande hallo warum steht er nicht zu so schlägt er nicht zu ich muss ja angriff sammeln ich springe einfach meinen tod ich muss ja im angriff ich muss ja im angriff dinger sammeln ich bin nicht bei das ist übernommen können wir knicken ich glaube ich komme hinten rechts raus oder die idioten dann wahrscheinlich auch nicht den hangar einnehmen doch den hangar als person einzunehmen weil der in der theorie eigentlich einfach ist für die zumindest die kommen wir zum oben sehen habe sogar geblendet noch eingetötet ich bin's tim nehme habe kommando ruide hops genommen nein ich bin dort ich bin prinzipiell tot aber doch nicht ich habe jetzt herz dazu stumpf auf prallen hören und nahmen an ich bin tot ich bin tot ich renne direkt in die schule 3 lasst mich doch vor zwei wird leben leben am limit die nehmen uns b weg die nehmen uns b weg christian b scheiß doch was ist b die zu b andersrum ich dachte habe werde b wird eingenommen ja es ist ich krieg das mit den jungs hier schon hin was zum tag kommt zwei drüben die kassen fletschen zu zwei drüben kassen schluss die geschlange hatte schützt das einsatz attackieren superkampf troide superkampf troide aus dem weg geräumt die haben total abgewiegelt die drüben kasten der tür ich komme ich komme helfen ich komme helfen ich komme nacheinander ich reiche die wand sind tot ich gehe rein darf mal darf mal super super drüben gekommen habe 1 mal ist es hier mal 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 scheiße bin tot wir können wir vergessen wir müssen so ein bild nein nein ich kann nicht einsteigen ja genau das ist wieder so nervtötend alter da könnte ich mich aufregen wie noch was es gibt drei zugänge richtig ja drei zugänge unterstütze vorne erster kill ich unterstütze die ante seite sehr schön du brauchst du brauchst hilfe war ja wäre nicht ja nicht nur bei dir sind sie granate wir sind wir kommen erst hier komme schön kümmern uns hier drum scheiße die übernehmen die übernehmen wir sind zu wenige wir sind zu wenige wieso sind die so viele eigentlich auf die genose sagen wir mal so viele absolut nicht also da sind sie da sind sie sie kommen wo sie mal sehe mal wechsel auf schrotflinte scheiße schwerter bieger so kurz sehr bewusst ja die nehmen uns abweg komme steige hinter dir ein drauf halten granate raus ja ich habe aber noch ein geschmissen darin dann wir machen wir machen uns hier grad voll zum affen ja ich spawne und auf einmal kommt kommt von hinten einstieg es wird nichts werden jetzt werden geholt das ist schön ja ja man kann man kann man knicken zeigen warum hatten wir keine verlängerung wie auf geonosis es ist jedes mal sowas wo ich mich frage warum genau ich bin vierter gut zwei meilen steige bänden ja ich wusste mal wir müssen uns waffen neu auf sollen wir den anderen beitreten oder ja ja er um moris um wer der sehr verbunden wenn du um christian und mir mit rein in die gruppe joinen würdest kiff der jesus genau wo sieht man noch mal die meilensteine bei karriere ja wir werden es dann warten ich habe euch das jetzt dann also ihr werdet das jetzt nicht sehen wie die jungs beitreten aber beim nächsten dingen seid ihr wieder dabei bei der nächsten runde wir sehen uns leute bis zum nächsten mal